Kaffee ist laut dem Bundesrat ein lebensnotwendiges Gut. Der Barista Marco Priotti behauptet, ein guter Kaffee macht den Menschen wirklich das Herz rauf. Das Café «Kaffee und Dietz» der reformierten Kirche Zürich-Hirzenbach prägt ein ganzes Quartier. Und Christina Engler hätte nie gedacht, dass der Job in einem Café ihr Leben so stark verändert. Kaffee zum Leben im Fenster zum Sonntag.